Moin und willkommen zum neuen Video von mir. Ich würde sagen weiter gehts nach dem Intro. 80 cm für alle Drohnenpiloten. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Das ist hier nicht ganz 100% wasserdichte, aber ich finde das schon mal sehr, sehr gut. Ob man diese Tasche noch mitnimmt, weiß ich nicht, aber der Landepatz ist in einer schönen Tasche. Und hier sind die Heringe, die Haken. Ja gut, machen einen relativ robusten und guten Eindruck. Wollen wir hier reinschauen. Das ist noch alles in Papier eingepackt. Oh ja, das macht einen sehr tollen Eindruck. Ich hoffe, das passt hier nicht ganz aufs Video. Aber ich zoome mal ein bisschen zurück. Also wir haben hier einmal die gelbe Seite und dann haben wir hier auch einmal eine orange Seite. Macht auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck. Und hier seht ihr auch dann diese Ösen, wo denn die Heringe oder Haken oder wie man sehen möchte, reinkommen. Ja, ich würde sagen, das wird es hier gewesen sein. Macht, wie gesagt, einen sehr tollen Eindruck. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDev. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, denn ein Daumen hoch bleibt mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, drei Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDev. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video.